Oh noooon! Oh noooon! Hey, meine Stimme hat sich verändert! Ja, Tom hat gesagt, wir sollen die Aufbau starten. Und jetzt sollen wir sogar schon auf das Server spielen. Ja, okay. Okay, willkommen bei der nächsten Folge... Wow! Okay, und ich werde jetzt den Weg zu dir suchen. Nachdem ich dieses saftige Schwein getötet habe. Warte, ich komme an die Oberfläche, oder? Soll ich? Nein, wir sollten weiterfahren unten. Denkst du, du findest mich? Louis B. Row ist alleine und Tom's Line ist drauf. Ich weiß die Koordinaten, also... Okay, also soll ich runtergehen? Help, 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 help. In die Richtung muss ich, okay. Okay, und dann muss ich... Fuck. Okay, das passt ungefähr. Ich bin so ein Pro, ey. Du bist so ein Ninja. Fuck, es wird Nacht. Da ist ein Zombie. Okay. Locker. Ich bin einfach 200 Blöcke zu weit gelaufen beim letzten Mal. Easy. Ich glaube, ich bin da. Ja, ich bin da. Warum? Was macht Tom's Line? Was so öfter weg? Äh, fuck. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Äh... Hier hinten irgendwo. Kannst mal hochkommen. Okay. Ist jemand in der Nähe? Ein Gegner oder so? Ne. Oh, hier, lol. Ich komm runter, bleib unten. Ich hab den Eingang gefunden. Falls jemand drunter kommen will, muss er erst einmal im Gravel vorbei. Okay. Ich bin nämlich oben und wollte dich erschrecken. Geil. Jetzt find ich auch den Eingang nicht mehr. Oh mein Gott, scheiße. Du bist eh unten. Ich bin oben. Schau mal nach oben, ob du meinen Namen siehst. Du bist ein Opfer. Sorry. Okay, ich hab den Eingang auch gefunden, lol. Ja, jetzt muss ich an deinem Gravel vorbei, geil. Wieso fahren wir so durch unten und so? Ich wollte dich erschrecken. Deswegen hab ich auch gefragt, ob wir an der Nähe sind. Ach, jetzt darf ich an deinem Gravel vorbei. Du bist eh noch hier. Ja, aber natürlich. Ich werde gleich von oben kommen und dich erschrecken. Ich hab viel Fleisch. Ich hab ein Schwert. Und ich hasse deine... Das ist so saftig. Ich sterbe gleich vor Saftigkeit. Ich auch. Weil ich so wenig Leben hab. Oh, wer ist denn da? Oh, hallo. Wehe, du schlägst mich. Warte, du schlägst mich. Ich hab... Mir fehlen vier Leben, okay? Friendly Fire is on. Ey, ich meinte aus. Ich weiß. Ich kann nicht schlagen, was ich will. Geh rein da. Geh rein da. Los. Ich kann nicht schlagen, was ich will. Es wird nichts bringen. Ich wette, du biegst falschlings ab. Da, 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 da. Wir bleiben jetzt in dieser Höhle. Gib mir bitte einen Apfel, okay? Das versorge ich. Du hast Glück, ich habe einen Apfel. Du hast Glück, ich habe richtig viel Cobblestone. Und einen Lava-Eimer für dich. Ich, ich glaube, ich sollte dir meine Lava-Eimer geben. Ja. Ja. Ich werde nie wieder irgendwas mit Lava tun. Nicht nach der letzten Aktion. Selbst in Skywars ist mir das schon aufgefallen. Ich, ich bin mies im Umgang mit Lava. Ich nehme nur noch Wasser mit. Zehn Dias. Quatsch. Warte, das Gold war hier drin. Genau. Perfekt. Es reicht für einen Goldapfel. Soll ich den gleich essen? Nein, noch nicht. Bewahren die wirklich auf wegen zwei Extraherzen dann noch. Ja, ja. Ach Quatsch, ich muss mir essen. Okay, warte, warte. Wo sind die Dias? Ich habe sie genommen. Wie viele sind's? Zehn. Fahren weiter. Gib mir die heilige Höhlen, Dendelein. Wieso? Ja, ich mache, bevor du mich schlägst. Ich kaufe jetzt noch irgendwie eine Enchanting Table. Okay, mach ein Enchanting Table. Ja? Nein, wie kommst du da drauf? Ich farme weiter. Warte, gib mir die heilige Höhlen, Dendelein. Die wird mir Glück bringen. Okay, wehe, du stirbst mit ihr. Wenn du mit ihr stirbst, bist du Schande. Du bist Schande. Das kenne ich sogar, die Anspielung. Heilige Höhlen, Dendelein. Gib mir dein Lapis. Das Lapis ist alles in der Kiste. Okay, warte, ich will auch ein paar Dinge entschanken. Ich bräuchte eigentlich Feather Falling, aber ich habe jetzt einfach Protection drauf gemacht. Oh, scheiße. Versuch du, meine Hose bitte zu verzaubern. Ich würde nur Unbreaking drauf bekommen. Ich habe Schwerfe 2 auf meinem Eisenschwert. Das macht 8,5 Schaden. What the fuck? Probier mal bitte meine Hose zu verzaubern. Okay. Auf Level 1 einfach. Schusssicher. Mit Protection. Nein! Dann nicht. Schutz 2, Schutz 2! Okay, mach. Wie viel Level hat das jetzt gekostet? 3. Lol. Da ist es. Warte, machst du auch die Diamantbrustplatte? Okay, mache ich. Die verzaubern wir aber nicht auf Level 1, oder? Niemals. Lol, hier auch Schutz 2. Alter, was habe ich für einen Rausch? Schusssicher oder Schutz 1? Ich mache Schutz 1. Ich kriege Schutz 1 nicht. Du musst auch noch meinen Brustpanzer verzaubern bitte. Ich habe nicht mehr genug XP, glaube ich. Oh. Ich habe noch ein Level. Und es reicht für Schutz 1, lol. Alter, das war eine richtig gute Enchance. Schutz 1, Schutz 1, Schutz 2, Schutz 1. Und Schärfe 2 auf meinen Eisenschwert. Okay. Also, Doni, äh, 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 weiße, Sparrow, der Pirat, oder Sparrow, wie auch immer, Lucas, das Pad, und... Wir sind jetzt wieder in Aufnahmegruppe 1, weil ich sonst nicht gekonnt hätte. Ja. Ja, Protection. Ähm, ja, nehmt euch in Acht. Wir sind stark. Wir sind alle... Ich habe jetzt eine volle Protection-Russchen, das ist gut. Und ich habe keine Spitzhacken. Ich bin so unglaublich langsam. Ich brate mal das ganze Essen. Ich sollte auch Fackeln machen, wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich mir vier Fackeln gemacht, das war's wert. Und du hast die Kohle aufgesammelt. Mach einfach Fackeln und lauf mir hinterher, okay? Ich tue jetzt einfach wieder gucken, ob ich irgendwas finde. Puh, Alter. Ähm, ja... Lol. 1, 2, 3, 4. Hast du schon von unseren Plänen erzählt, oder lassen wir die vorerst geheim? Wir bleiben hier unten und jeder, der kommt, wird gefickt. Oder so ähnlich. Ja, ich hab die Mama gefragt. Das ist eine sehr große Spinne, bitte tu die weg. Das gefällt mir nicht. Nein, bitte. Nein, nein. Ich habe Arachnophobie. Lass es. Ich hasse Spinnen. Tu es bitte weg. Nein. Das gefällt mir nicht. Sorry. Fabian? Fabian? Nein! Fuck! Mein Internet! Oh nein! Oh nein! Ausgerechnet jetzt! Fabian? Wieso? Mein Internet ist Neuland. Hörst du mich? Hörst du mich? Nein, ich hör dich nicht. Mein Scheiß. Mein Scheiß. Mein Scheiß. Ich bin so nett. Will nicht. Oh komm. Ich hab nur in Rupp gehört. was... Was hat er gesagt? Was kriegt ich gern? Wahrscheinlich hat er gefragt, was ich gemacht habe. Ich will nicht in diesem Projekt verlieren. Ich will nicht in diesem Projekt verlieren. Okay, geht jetzt alles? Wahrscheinlich nicht, aber... Okay, du hast eigentlich die ganze Zeit so über mich geredet. Ja, er redete kurz, du seht sie. Hast du mich denn die ganze Zeit gehört? Ja, mehr oder weniger. Ich bin jetzt voll traurig. Du hast mir ein System weitergeführt, hast du gut gemacht. Nein, ich bin jetzt hier, habe ich mich irgendwo reingebaut, weil ich Angst hatte, den Gang weiter zu benutzen. Weil ich Angst hatte, dass jemand von hinten kommt. Okay. Dann habe ich die ganze Zeit darüber geredet. Wenn mich jetzt jemand töten, sage ich, dass es nicht zählt, weil Ruben weg war. Rette mich. Mein Spitzsack ist kaputt. Ich habe noch eine eigene Spitzsack. Alter, das ist doch so unfair. Ich hasse es. Erst bin ich in Lava gefallen und jetzt das. Ich war kurz davor, meinen Laptop zum Router hochzutragen. Ich habe meinen Laptop jetzt hier auf den Fußboden gestellt, weil es hier besser ist als auf meinem Schreibtisch. Fuck! Oh, lol. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ein Creeper ist direkt neben mir explodiert. Ein Creeper? Ja, und ich habe keinen Schaden bekommen. Okay. Ich habe sehr viele Rüstungen. Ich habe vor allem ein sehr, sehr gutes Schwert. Dieses Eisenschwert ist wundervoll. Ich glaube, das könnten wir sehr einfach zu einem Schreibtisch 5-Diam-Eisenschwert machen, oder? Wir müssen halt überleben und vor allem keine Lost Connections haben. Vor allem bei diesem Schrei, den du gerade abgegeben hast, habe ich gerade gedacht, jemand greift an. Lass diesen verzweifelten Schrei wirklich in Notsituationen nur los. Das war eine Notsituation. Ein Creeper direkt neben mir explodiert. Okay, das zählt. Hast du eigentlich durch diese Taktik schon mal Diamanten gefunden? Ja. Okay. Oft. Ich meine, überlegen doch mal. Es ist doch logisch, dass man dadurch noch extra Rze gibt. Ja, ich weiß. Nur, jetzt halt, ich weiß nicht, wie kommen... Ja, doch, die kommen auch auf dieser Höhe. Ach, keine Ahnung, mir egal. Ha. Hast du noch das mit der Spinne gehört? Ja. Ich habe Arachnophobie. Ich mag Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hatte mal eine Woche lang eine Hausspinne, dann ist sie irgendwann gestorben. Er wollte sie auf meine Tastatur setzen. Ich mag Spinnen. Ich nicht. Die sind schön und so. Ich mag, ich mag Vogelspinne, die sind weich wenigstens. Aber sie ist ja ekligen Spinnen mit langweilen. Ich hatte mal, ich habe mal eine Fledermaus gestreichelt. Das war voll süß. Ja, du hast mir davon erzählt. Ich weiß aber, die hat nur ein Spinnen und so. Ja, aber sie war so flauschig. Es war so flauschig, ich muss still haben. Oh, scheiße. Wie viele Folgenzeit haben wir dadurch verloren? Ich versichere drei Minuten offline oder so. Länger, glaube ich. Ich bin glücklich. Wir sind unproduktiv in diesem Part. Wir haben nur geschafft, es zu verzaubern. Ja, wenigstens waren die Verzauberungen gut. Es ist aber auch das Einzige, was wir geschafft haben. Wow. Okay, jetzt müssen wir gleich runtergehen. Ja. Und dann töten uns alle. Okay, gut. Dann war es das für diesen Part. Der war total unproduktiv und langweilig und so. Und jetzt sehen wir noch eine Folge auf, ne? Mhm. Okay, tschüss. 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 Tschüss.